Hallo, hier ist wieder der Michael und es freut mich sehr, dass du wieder hier mit dabei bist. Heute geht es um das Thema NoFap wieder einmal und heute möchte ich einen weiteren Punkt klar machen, der immer wieder in den Kommentaren erscheint und aus dem Grund jetzt ein Video dazu. Es geht um das Thema, was ist denn der Unterschied zwischen Hard Mode und Light Mode oder Monk Mode oder irgendwas Crazy Mode. Also es gibt verschiedenste Aussagen schon zu dem Thema Hard Mode, weil Hard Mode ist wirklich hart, das heißt wirklich anstrengend, wirklich schwierig und das wissen alle, die es schon probiert haben. Und um es jetzt klar zu machen, was genau die Unterschiede sind, hier dieses Video. Es geht also darum, im Hard Mode auf alle, auf jegliche Art von Sexualität zu verzichten. Das heißt, du hast keinen Sex mit deiner Partnerin, du hast keinen One-Night-Stand mit irgendwelchen Frauen, die du kennenlernst und du holst dir keinen runter, du schaust dir keine Pornos an, du machst nichts, was mit Sex zu tun hat. Deine Gedanken kannst du natürlich schwer kontrollieren und unterbinden, wenn du an Sex denkst oder Sex Träume hast, dann ist es halt so, aber du kannst steuern, ob du dir einen runterholst, ob du edgst, ob du Sex hast, ob du was auch immer machst und das ist wirklich sehr, sehr anstrengend und schwierig. Und das wissen auch die meisten, also das weiß jeder, der schon mal NoFap gemacht hat. Insofern ist Hard Mode tatsächlich sehr schwierig. So, beim Light Mode gibt es jetzt verschiedene Variationen. Light Mode heißt für viele, die in einer Beziehung sind, dass sie weiterhin Sex mit ihrer Partnerin haben, weil das einfach wichtig ist für eine Beziehung und die Partnerin eventuell unbedingt Sex haben will oder wie auch immer oder du unbedingt Sex haben willst und nicht darauf verzichten möchtest oder die Frauen, die du wegen NoFap kennenlernst, eben nicht ein sexloser Gastgeber sein möchtest, sondern eventuell eben auch den One-Night-Stand genießen oder wie auch immer. Insofern, der Light Mode ist halt im Unterschied zum Hard Mode wirklich leichter, weil du eben die Vorteile vom Hard Mode nicht mehr hast, beziehungsweise die Schwierigkeiten. Wenn du nämlich einen sehr hohen Testosteronspiegel bekommst, dann hast du eben den Drang, dich zu vermehren, Sex zu haben mit Frauen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, am Höhepunkt des Testosteronspiegels jeden siebten Tag Sex hast, dann nimmst du dir die darauffolgenden Tagen sehr hoher Motivation. Zumindest ist es bei mir so und aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn du tatsächlich aufhörst, am siebten Tag NoFap zu machen, weil du Sex hast oder dir einen runterholst, natürlich ohne Pornografie, es impliziert alles ohne Pornografie. Das ist ja einer der Gründe, warum du NoFap machst wahrscheinlich, um wegzukommen von Pixel, Pornopixel. Insofern, wenn du, wo war ich gerade? Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, Hard Mode zu machen. Und um die Motivation zu haben, von der immer gesprochen wird, ist es einfach notwendig, den Hard Mode durchzuhalten. Das heißt, wenn du größtmögliche Motivation willst, wenn du größtmöglichen inneren Drang verspüren möchtest, um zu handeln, um etwas zu machen, dann ist einfach der Hard Mode unumgänglich. Und aus dem Grund würde ich es auch jedem empfehlen, vor allem denen, die immer wieder fragen, wie lange soll ich NoFap beginnen zu machen beim ersten Mal. Die, die keine Erfahrung damit haben bisher und die möglichst intensive Erfahrung am Anfang haben willst, dann ist es einfach notwendig, dass du Hard Mode machst für die erste Zeit. Ich wünsche dir somit sehr viel Erfolg dabei und hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Hier gibt es noch weitere Videos zum Thema. Lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. und lass mir in den Kommentaren wissen, welche Themen dich in Zukunft interessieren, dann werde ich definitiv ein Video dazu machen. Oder hast du Anregungen, Kritik zu dem, was ich mache, lass es mich wissen und lass uns drüber diskutieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.